willkommen zurück zu einer weiteren runde fallout 76 wir haben heute neues update aufgespielt und dementsprechend also aufnahmezeitpunkt ist jetzt am mittwoch wir haben jetzt auch eine neue kleine quest denn das längst erwartete kommt jetzt wieder zurück wir haben auch ein paar bugnotes gekriegt also patchnotes die werde ich jetzt aber nicht im detail durchgehen weil ja ich habe noch nichts getestet ich habe noch nichts davon ausprobiert und wisst ja schreiben kann viel testen und gucken müssen wir noch schauen dementsprechend werde ich da jetzt nicht großartig darauf eingehen es soll ja sozusagen auch der loot bug dass die fleischhaufen nicht spawn und ähnliches soll behoben sein nur mal so gucken werden wir noch sehen na schön hallo erlesene gäste du wirst nicht gemacht der will sich halt immer mal in die aufnahmen prügeln erlesene gäste so aber wir machen das jetzt heute wie folgt aufnahme also hier challenge wir gehen heute nur die täglichen durch ich habe mir trotzdem booster geschmissen könnte sein dass ich den resten so ein bisschen auf screen macht müssen wir mal gucken wir gehen heute nur die täglichen durch und machen gleich eine spielbrett vorstellung das heißt wir haben heute stelle ein alkoholisches getränk gierend her goldstern ep verwerte schrott um kleber herzustellen sammlerholz töte einen schlinger einen wendigo und schieße mit deiner kamera ein foto eines mailer jägers denn ich möchte mich nach der folge dann halt auch mit der karawane auseinandersetzen also sprich dialoge führen bla 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 das heißt wir machen jetzt noch einmal oldschool content und danach starten wir dann halt auch richtig rein das heißt wenn jetzt sehe irgendwelche wöchentlichen abgeschlossen werden es sind eigentlich keine schweren dabei haben wir schon x millionen mal gemacht ich hatte hier jetzt auch schon extra gerollt das eine war jetzt hier sumpf tofu ich kann jedem empfehlen macht den sumpf tofu kram weg rollt ihn bitte weg es ist eigentlich ein ding der fast unmöglichkeit man muss wirklich viel 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 zeit investieren um die von null auf herzustellen dauert lange dementsprechend rollt das wirklich weg was sind mehr als acht stunden für eine tägliche die die zeitverhältnisse acht stunden auf jeweils einem serve nur damit man bescheid weiß dementsprechend ja und ansonsten like ein camp war weg ich glaube das kleber für gekommen ansonsten ja gut sind halt keine schlimmen dinger dabei die man jetzt irgendwie jetzt hoffentlich nicht weiß sollten aber fragen sein könnt ihr sie natürlich gerne jederzeit in den kommentaren fragen und ihr kriegt auch antwort gut aber darum soll es jetzt nicht gehen das heißt wie gesagt wir kümmern uns heute nur auf die dailies die wöchentliche machen wir jetzt mal so neben dran und desweiteren wir sind ja hier im vorstellungsworld wir gehen mal die nächsten seiten durch denn spielbrett vorstellung haben wir jetzt auch noch mal mit drin bedeutet wir haben jetzt seite 7 und 8 fangen wir mal an was haben wir denn eigentlich so schön ist jetzt hier uns eingekauft einmal x01 power rüstungs lackierung in rost dann haben wir einmal vortec bahnwagon einen bienenstock in schwarz und gelb dann haben wir einmal secret service rüstung blue caravan denn ein laser gewehr lackierung fürs laser gewehr oder laser pistole auch von der blue dann haben wir noch einmal die secret service ebenfalls in blue caravan und denn kommen wir schon zu seite 8 einmal schmiedeschild also der blacksmith also schwarze schmiede dann haben wir schneekugel schaukasten bautechniker lackierung auch wieder in der blue und einmal selbst gefertigtes gewehr lackierung in rost und hängender kessel so jetzt gucken wir uns erstmal die items an die wir jetzt da so schöne haben und habe ich ja jetzt hier mal provisorisch aufgestellt mal wieder das heißt wir fangen jetzt erst mal mit der rüstung an also wie gesagt ja passt jetzt auch mit dem endlich erschienen den richtigen update passt das natürlich noch ein bisschen besser als karawane spielen und so dementsprechend hier einmal die bautechniker rüstung einmal mit komplett helm und co passt eigentlich ganz gute ist bläulich wunderbar so dann haben wir hier einmal die secret service version ebenfalls passt kann man nicht meckern dran sieht auch ganz ordentlich aus und hier einmal die secret service unterrüstung bedenkt bitte die unterrüstung kann man nicht lackieren man muss sie immer neu bauen damit man sozusagen diese färbung erhält man kann sie in den jeweiligen farben bauen so und dann kommen wir schon mal zum nächsten schaukasten nämlich wir hatten ja seit diesem update in den bastelwerkbänken noch mehr dazu gekriegt und das kind nämlich die schneekugeln und jetzt haben wir auch einen anständigen schaukasten dafür dementsprechend ja es gibt jetzt ich habe jetzt leider nur die von der nuka world die anderen die habe ich halt noch nicht es gibt noch ein paar von der karawane her ist aber noch nicht da deswegen habe ich jetzt nur erst mal ein paar von den dingern hierhin gestellt aber man kann auch eigentlich welche doppelt setzen ist eigentlich ganz cool auch dass sie halbwegs gut funktionieren muss man dann halt immer gucken was will man nun er haben aber es passt eigentlich ganz gut also ich finde die schneekugel station ganz cool soll so ein bisschen an wegas erinnern wegas war ja dann eher mit sammle schneekugeln die anderen fallauteile sind ja eher sammle wackelpuppen und von daher finde ich das ganz cool so jetzt kommen wir was zu was was mir jetzt persönlich nicht so gefällt wir haben wieder mal ein handgefertigt das dementsprechend skinchen aber das ist ich weiß nicht also von den ross kann ich mir jetzt nicht so weiß ich nicht mir gefällt es jetzt persönlich nicht so ich bin jetzt aber auch nicht so der der gerne im raider stil lebt und baut und spielt und so klar raider können cool sein aber ich weiß nicht irgendwie so gefallen tut er mir jetzt nicht so ist halt ein verrostetes altes gewehr hätte ich ja angst dass mir die kugel nachher sonst wohin fliegt so wohin ging ich aber wieder sehr positiv überrascht bin und sehr gut finde ist zum beispiel der von der blue das laser gewehr sieht gar nicht so verkehrt aus sieht sehr sehr gut gearbeitet aus gefällt mir sogar sehr sehr gut also sieht mir aber noch ein bisschen tacken zu neu aus das ist eins ist aber ansonsten so vom skin her top auch das gold die verzierung die mag ich eigentlich ganz gut dann kommen wir zum nächsten x01 mit einer klitzekleinen lackierung ja auch hier wieder rost mir gesagt so rost weiß ich nicht ist gut gearbeitet kann ich nicht meckern also auch hier haben wir wieder unterschiedliche rost flecken also sind nicht immer dieselben copy paste rost flecken die wir sonst immer drauf haben nein es ist wirklich schon mal hat sich schon mühe gegeben das roste zu gestalten aber wie gesagt so rost weiß ich nicht ist halt nicht so meins gut dann kommen wir zum nächsten was ich auch ganz cool finde und zwar können wir uns an die decke jetzt so ein fleischtopf der super mutanten hängen und auch dieser macht schönen dampf wenn man ihn jetzt natürlich bewegt sieht man natürlich den dampf nicht also sprich wenn ich ihn jetzt hier bewege sieht man halt da passiert nichts hier aber wieder hinstellt dann fängt er halt an zu dampfen ist eigentlich ganz cool dass da halt wirklich was gekocht wird unten noch ein schönes feuerchen hin und dann passt das dementsprechend ja ist eigentlich ganz cool nachteil ist halt nur eine decken ding also das ist jetzt nicht der topf den sie jetzt zum beispiel auch so benutzen sondern den muss man halt wirklich an die decke hängen so dann kommen wir noch zum nächsten ein haben wir noch und der war wieder zu groß für diesen volt und da gibt es wieder minus punkt und zwar haben wir jetzt so ein voltech zug wagen gekriegt und ja ich weiß nicht also das ding ist schön groß ja man könnte also ich hatte auch eine idee damit aber als ich das ding gesehen habe und hingestellt habe ich gedacht oh mein gott so weil wir hatten schon mehrere zug wagons bekommen über die zeit aber jetzt hier mal zwei zum testen gebaut die ja eigentlich als camp benutzt werden sollen so und wem es jetzt sicherlich schon aufgefallen ist was ich bestimmt jetzt gleich kritisieren werde das sind die alten und wenn ich mir jetzt den neuen anguckt es gibt halt nur das ich habe bei den alten habe ich schon damals bemängelt dass man hinten zum beispiel nicht die türen öffnen kann die sind verriegelt und verrammelt von beiden seiten also auch bei dem anderen fand ich doof da hätte ich mir halt gern gewünscht dass man da durchlaufen kann über die tür aber hier wir haben ja gar keine türen es gibt keine tür die man hier reinpacken kann mit also grundsätzlich wenn es mir jetzt im camp einsetzen möchte dann wird das schon relativ schwer da irgendwie eine tür rein zu kriegen auch die wände sind deutlich größer wenn man es jetzt mit über zerstörung und ähnliches macht sind deutlich größer als ja das kleine stück hier also selbst das mit rein glitschen es wird mega schwierig also klar guten guter campbauer wird da bestimmt irgendwie eine lösung finden aber ganz ehrlich bei mir wird das ding größteilig nicht benutzt weil ja ja keine ahnung ich habe noch keinen plan wie ich das irgendwo irgendwie einbinden kann eigentlich wollte ich das wie die anderen machen aber naja gut ohne türen ist es halt einfach nur ein item ist ein bisschen schade ich habe mir wenigstens dann gewünscht dass man dann gesagt hier ok hier kommt noch eine tür rein oder hier irgendwie was anderes aber aber nee sah auf den bildern besser aus als es ist so eine sache gibt es jetzt aber noch die konnte ich aber nicht in die unterkünfte stellen deswegen müssen wir jetzt einmal kurz raus ins camp die ist jetzt zwar nichts besonderes ist jetzt auch nur ein reskin und zwar ohne nicht produzieren wir hatten ja honig vor in einer weiß lauen version und jetzt haben wir sie ja in einer schwarz gelben version die schwarz gelbe version finde ich sogar hübscher dementsprechend ja vom endeffekt ist es dasselbe es ist halt immer noch ein bienenstock er produziert genauso viel honig wie halt auch der andere dementsprechend ja es ist jetzt kein neues item ist es jetzt einfach nur ein riesiges kinder bienenstock aber wie gesagt ich finde den hübscher weil wie gesagt gelb und schwarz ist mit mit dem kleinen bieherzchen also biehen finde ich ein bisschen hübscher gefällt mir also mehr gut das war das jetzt soweit jetzt können wir noch mal gucken dass wir jetzt hier lüb tüb 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 tübs und sind die power rüstung schwingen schon gesagt ich werde die power rüstung anziehen wir sollen eigentlich auch noch mutierte event haben und weil das ja so gut mit der fallout serie lief soll eigentlich sogar noch alles in doppelt sein doppelt ep läuft trotzdem noch weiter habe ich noch nicht geguckt gut dann würde ich sagen fangen wir jetzt erstmal an meyerlöck jäger wir müssen jetzt erstmal ein paar dailies machen bevor wir uns jetzt sozusagen in die karawanen sache richtig reinhängen spielbrett haben wir jetzt soweit fertig das heißt morgen in der folge kommt dann das mit der karawane da möchte ich mich dann halt auch komplett darauf konzentrieren damit es dann halt auch passt das heißt wir gucken jetzt nur dass die dailies erstmal abgeschlossen werden wenn die wöchentlichen sich jetzt nebenbei abschließen kann ich halt nichts dafür oh futterschlange ich war noch nicht mal durch durch die gegend geportet so da haben wir unseren jäger dann gehen wir mal gleich zu ihm hin da krabbelt er gerade weg so haben wir Foto gemacht jetzt können wir euch alle umnieten bevor hier irgendwas nachher noch eier in mich reinsetzt so ep sollten kein problem sein wir haben doppel ep also da gehe ich mal davon aus das wird in nur und zwei sekunden fertig jetzt gehen wir die drei schlinger machen einmal nur weil wir es können und einmal weil wir es brauchen dementsprechend ja schlinger lagune ist ja dafür der beste spot weil man hat mehr als drei schlinger und das funktioniert ja immer noch nicht ahaha treffen hätte sie eigentlich müssen aber wollte sie nicht so komm her mein kleiner schlinger ich will happa happa haben so heute mal wieder mit der teuren gun unterwegs hier am besten noch höhere feuerrate draufsetzen ahaha so dann gehen wir jetzt moment gehen wir hier einfach zum holzfällerlager wir müssen noch 20 mal holz sammeln und wenn ich das so gesehen habe in dem wöchentlichen braun war da sowieso 30 mal irgendwelche hunde klar leitwölfe ist momentan immer noch das beliebteste event und wölfe zählen als hunde also kein problem sollte für die woche nicht das problem sein aber hier gibt es halt auch holz und ein drei sterne hund ein drei sterne hund ich bin mal gespannt ob das jetzt wirklich klappt mit dem dass man wieder looten kann wie davor auch nicht alle fünf sekunden seht zu dass du lootest seht zu dass du lootest zur not jetzt bin ich in der power rüstung jetzt interessiert mich das sowieso nicht gewicht von waffen sind drauf und es ist die gute gewerkschaft noch mal 75 oben druck zur not wird noch mal essen nachgeschmissen und booster gekippt und dann ist mir das auch egal so aber jetzt haben wir hier schon mal das holz zusammen gesammelt haben wir hier noch wackelpuppe wenn ja dann habe ich sie bestimmt weggeschossen Heft haben wir auch nicht ne nichts da na gut so dann haben wir das jetzt brauchen wir noch ein wendigo ja ich komme ich bin jetzt hier in der nähe des gruselhauses gucken wir mal ob wir da jetzt ein wendigo haben wir könnten jetzt auch wieder den random spot nehmen wir könnten auch die wendigo höhle nehmen ja wir haben möglichkeiten möglichkeiten ok ich sehe da irgendwie niemanden ah wir haben wendigo siehst du wohl so na aber ich spreng euch alle in die luft heute eben heute auch den guten raketenwerfer mitgenommen das heißt eigentlich so vom von der kampfkraft her bin ich sowieso overpowered unterwegs so verwerte schrott um kleber herzustellen ja gut da machen wir jetzt aber erstmal beim gutshof nochmal ein bisschen was für ja wir brauchen ein bisschen was gehrendet das heißt wir stellen uns jetzt gleich einen ballistik bock oder sowas in der richtung her ich glaube ich müsste noch aufbereitetes ne abgekochtes wasser müsste ich glaube ich noch in der tasche haben bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher und wenn nicht dann haben wir ja gleich einen fluss hier in der nähe deswegen hier passt es immer am ehesten und am besten so schmeißen wir schon mal eine granate alles frei wunderbar so muss das sein wenn ich komme alle frei kann man gleich einnehmen da fühlt man sich so als wenn man sich selbst den roten teppich hinlegt so drum drum ansonsten ist es jetzt nur noch kleber herstellen der kleber ist eigentlich auch relativ einfach ist ja nicht die welt und leuchtende kreaturen habe ich jetzt auch schon acht gemacht oi 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 guck wo nicht aufgefallen was man so im nebenbei abschließt ne so dann wollen wir doch mal gucken hier ich brauche einmal meine blaupause muss einmal raus hier und ich brauche klingkorn ein bisschen klingkorn ein bisschen klingkorn da 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 so da ich mal davon ausgehe dass ich noch abgekochtes wasser habe habe ich auch noch könnten wir meine hochspannung oder meine ich jetzt ballistik ich glaube ich mache mal ein bisschen hochspannung fürs nächste mal so das muss jetzt sowieso in der tasche ein bisschen guren klar wir könnten das auch übers camp machen das geht dann halt um 15 minuten schneller aber ok so das heißt das wird ja dann für nebenbei angesetzt jetzt gehen wir mal in ach ne wir haben jetzt klingkorn wir bräuchten ja jetzt eigentlich nur noch mais status na gut ich gehe ins camp ich gehe ins camp wir holen uns jetzt kleber und dann will ich jetzt nochmal das andere überprüfen mit dem turbo dünger das heißt ich müsste mir jetzt einmal nochmal turbo dünger machen ich bräuchte ja dann bisschen mehr ich bräuchte ja dann bisschen mehr als jetzt den einen den wir da jetzt liegen haben na baurüstung soll schon mitkommen dort werden wir brauchen fünf stück das sollte eigentlich ausreichen einer reicht halt nicht denn wir wollen ja jetzt quasi ein bisschen kleber herstellen kleber ist wie gesagt das einfachste übers camp zu regeln klar man kann auch eine werkstatt dafür nehmen oder so jeden wie es ihm beliebt aber camp mit turbo dünger geht halt vollkommen klar gibt auch ein bisschen ep und so wie es aussah oder aus angehört hat wird gerade meine werkstatt überrannt oh nein oh nein oh nein oh nein so dann wollen wir mal gucken hier wo haben wir es dann Waffen da so jetzt machen wir uns das wie gesagt ganz einfach und simpel mal weg machen hier gehen jetzt einmal hoch sammeln als allererstes einmal ab wir brauchen auf jeden fall tatos wir brauchen den mais so dann haben wir ja den grenadier drin so und noch eine zweite blöde meine mutterbären stehen ja auf der anderen seite wegen der ästhetik habe ich das halt auch aufgeteilt ist jetzt natürlich für die granate ein bisschen doof weil wir brauchen ja halt die mutterbeere so Gutshof hier warten brauchen wir jetzt nicht naja aber scheinen alle ganz normal wieder zu funktionieren na gut ach ne die war es ja aus dem ja das war ja aus dem anderen ah da habe ich mich verworfen den nächsten wollte er nicht naja gut so jetzt müssen wir einfach nochmal kurz kochen gehen nehme ich nochmal kurz das Wasser mit das werden wir auch brauchen lups wieder raus und wieder rein und jetzt verkaufen wir das ganze einmal und lassen uns das so ein bisschen schmecken na jetzt so und zwar machen wir jetzt hier unter nützliches einmal ein bisschen gemüsestärke 6 mal das passt mal klingkorn Suppe wir können sogar noch mal Wasser abkochen Fleisch kochen wer soll uns aufhalten außer doppelt EP ok so jetzt muss ich das ganze nur noch einmal verwerten und schon haben wir mindestens 5 Kleber hergestellt simpel und einfach und dementsprechend passt das gut aber dann würde ich sagen wir sind mit den Dailies soweit durch das gern das passiert dann halt währenddessen haben wir auch drinnen und dementsprechend sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge schon wieder also schaltet wieder ein und bis denn halte du runter über die Vielen Dank.